Ich bin der Hans Söllner und mein Wunsch an Bayern ist in erster Linie Anstand, weil das eines von den wichtigsten Sachen ist, die ich als Bayern gelernt habe, dass man anständig ist. Das nächste ist Menschlichkeit, weil ich glaube, dass es in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, dass Menschlichkeit wieder sehr hoch gehoben wird und dass man im Zeitalter von Unmenschlichkeit und von Leuten oder Menschen, die zu Hunderten an der Adria Eier trinken. Verstehst du, wie das ein bisschen Menschlichkeit zeigt und Anteilnahme. Das nächste ist Anteilnahme, haben wir schon gesagt, Anteilnahme daran, dass es natürlich nicht unsere Kinder sind, die da im Mittelmeer saufen, sondern die Kinder von anderen Vätern, von anderen Müttern und dass ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich hineinzufühlen in Väter und Mütter, die ihre Kinder verlieren, weil sie auf der Flucht vor deutschen oder vor bayerischen Waffen sind. Das nächste ist Liebe, ist wichtiger als Respekt, weil ich glaube, dass Liebe sowieso die Grundvoraussetzung ist für alles, was auf dieser Welt funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn du nicht liebst, dann wirst du nicht mehr weiterkommen. Wenn du anfängst, irgendwann wieder zu lieben, dann wirst du merken, dass deine Wege einfach auch irgendwie für dich gehbar sind und begehbar sind. Das letzte ist Toleranz und Freiheit. Gott, wir brauchen nicht als Bayer reden über Toleranz und Freiheit. Wir Bayern waren immer tolerant, wir haben immer von Freiheit geredet und Freiheit ist für mich sowieso das einzige, was wirklich artgerecht ist.